Das ist nicht gut. Da waren jetzt irgendwie drei oder vier von dem Fiesern. Das ist nicht gut. Ich meine, ich habe jetzt zumindest Zeug. Das ist nicht gut. Gucken wir uns doch erstmal hier um. Was gibt es? Da hinten ist Vulgrim. War ich hier nicht sogar schon mal? Ich war hier tatsächlich schon mal. Aber die Schmiede... Das ist gerade mal gar nicht so ein schlechter Punkt, wo ich jetzt heute einmal hin könnte. Das ist nicht gut. Sprich mit mir, Ultron. Da möchte wohl jemand mächtig austeilen, was? Ja, und zwar müsste ich den wieder halt verpassen. Du bist nicht für drittlich gehalten, aber jetzt bist du doch tödlicher. Du bist nicht für drittlich gehalten, aber jetzt bist du doch tödlicher. So. Die Ketten der Verachtung habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so häufig verwendet gehabt, aber die Lanze da verachtet. In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Okay, mir fehlt noch eine. Das ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Damit kriege ich das sogar noch mehr Leuchte. Ich meine, ja, ich könnte hier die Gestalt halt auch verlängern, aber das müsste ich ehrlich gesagt nicht. Oh, oh, damit wirst du ordentlich Verwüstung anrichten. So, damit macht die Lanze halt hier schon mal ein bisschen mehr Lifestyle. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Womit kann dir dieser bescheidene... Bitte, lass dir Zeit. Da möchte ich hin, wer dort weiß. Aber das ist zumindest halt für den Augenblick jetzt gar nicht mal so schlecht. Weil dann habe ich ungefähr ein paar Wollschimmers. Meine Güte. Ja. Ich werde doch auch irgendwie so gegnen. Oh, hey. 358. Das ist mehr als 2%. Ja gut, okay. Okay, ich kriege natürlich jetzt mit Laufe der Zeit halt und Schaden. Kriege ich jetzt halt natürlich was. So, und damit komme ich nämlich hier rüber. Oh, das... Ich konnte hier schon immer hin. Ja, ich konnte schon immer hin. Äh. Oder? Hä? Hä? Da ist ja schon. Eigentlich nicht, da ist ein Reitern. Großer Löcherhaufen. Können wir hier verschwinden. Hier bin ich nicht. Hier bin ich. Bin ich falsch? Ich bin über embaixo. Natürlich. Und hier bin ich interesant. Ich bin zu entspricht. Und auch so. Vielen, vielen Dank. Ja, ich muss mich gerade noch so ein bisschen orientieren, wo ich überhaupt hin will, hin muss. Da gibt es auf jeden Fall noch etwas, was kaputt brennen kann. Wow. 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 Hinweis, drücken Sie nach oben, um einen Heilgegenstand zu verwenden. Jo, ich glaube, das habe ich kapiert. Ja, ich glaube, das ist gut. Schubidubiduuu. Okay, die Lanze ist auf jeden Fall nicht gut, wenn ich halt mehrere Gegner halt habe. Wenn ich gegen einen kämpfe, ist die gar nicht mal so schlecht. Okay. Das war's für heute.